Mein Name ist Melanie Kunz, ich bin 27 Jahre alt und seit Oktober 2021 die Betriebsleitung im Haus Karlsruhe. Zu meinen Aufgaben gehört in enger Zusammenarbeit mit meinen Abteilungsleitern das Führen und Optimieren der Prozesse und Mitarbeiter rund um die Logistik. Das Leitbild des Familienunternehmens haben mich damals angesprochen und sich auch im Vorstellungsgespräch sehr schnell bewahrheitet. Nach Beendigung meiner Ausbildung 2018 wurde ich in den technischen Verkauf für Klima und Lüftung übernommen. Nach ca. 1,5 Jahren habe ich dann die Chance bekommen, als Assistentin der Geschäftsleitung die Abteilung zu wechseln und in dem Zuge das Bauprojekt unseres neuen Logistikzentrums zu begleiten. Dadurch hat sich die weitere Chance ergeben, dann auch die Betriebsleitung dieses neuen Logistikzentrums zu übernehmen. Für diesen Werdegang und die Chance und das Vertrauen, das mir entgegengebracht wurde, bin ich bis heute sehr dankbar. Unsere Azubis sind die Zukunft von Pfeiffern Mai. Deswegen legen wir einen hohen Stellenwert auf ihre Ausbildung. Während der Ausbildung werden sie gefördert, aber auch gefordert. Unsere Ausbildung ist sehr praxisorientiert, bedeutet die Azubis steigen sehr schnell ins Tagesgeschäft ein, bekommen Verantwortung übertragen und arbeiten oft sehr eigenständig. Unser Ziel ist unsere Azubis nach ihrer Ausbildung zu übernehmen, denn wir bilden für die Weiterentwicklung der Pfeiffern Mai-Gruppe aus und nicht für den Markt. Nach Übernahme ist erstmal der Fokus darauf gesetzt, in dem jeweiligen Fachbereich Profi zu werden. Danach stehen einem alle Türen offen, egal in welche Richtung.